Lektion 1 Erste Lektion Nach den Ferien Vorbei sind die Ferien, die Schule beginnt, die Zeit ist vergangen, so schnell wie der Wind. Es ruft uns die Klingel, das Schultor geht auf, wir kommen, wir kommen, wir freuen uns darauf. Sprichwort Wie der Anfang, so das Ende. Lektion 2 Zweite Lektion Sagen, tragen, geben, lesen, der Vogel, rot, das Buch. Fahren, sehen, sehen, der Lehrer, wohnen, lieben, liegen, wieder, der Staat, die Beere, das Beet, das Boot, an, ganz, das Feld, das Bild, das Dorf, dort und der Hund. Die Klasse, die Adresse, herrlich, immer, der Gummi, der Rüsse. Sprichwort Einer für alle, alle für einen. Lektion 3 Dritte Lektion Zählen, der Träger, fröhlich, hören, der Frühling, die Tür. Das Mädchen, der März, das Märchen, plötzlich, fünf, glücklich. Der Tannenbaum, die Hausarbeit, das Klassenfenster, der Briefträger, der Fußball, der Schlittschuh, das Tiermärchen. Das Leben ist eine Schule. Lektion 4 Vierte Lektion Jeder Junge spielt im Sommer gern Fussball. Jedes Mädchen pflückt gern im Garten Blumen. Mein Cousin liest seiner kleinen Schwester jeden Abend Märchen vor. Auf diesem Foto sehen wir die Familie des Onkels an der Ostsee. Sprichwort Freunde erkennt man in der Not. Mach's auch so. Horst erzählt. Der Tag beginnt. Am Morgen sagt die Mutter zu mir. Guten Morgen, mein Kind. Guten Morgen, sage ich. Und die Sonne lächelt mich an. Dann gehe ich in die Schule. Ich sehe meine Freunde vor der Schule stehen. Guten Morgen, begrüßen mich meine Freunde. Guten Morgen, antworte ich. Guten Tag, sagt immer die Lehrerin vor der Stunde zu uns. Und alle antworten gern im Chor. Guten Tag. Nach dem Unterricht gehen wir nach Hause. Auf Wiedersehen, liebe Schule. Am Abend kommen die Eltern nach Hause. Guten Abend, sage ich. Es ist schon 21 Uhr. Vor dem Schlafen gehen, vergesse ich nie zu sagen. Gute Nacht. Dann gehe ich zu Bett. Lektion 5 Fünfte Lektion Übung 1 Am Abend essen alle gern Obst. Unsere Eltern arbeiten im Kolkos, im Berg, im Büro. Es ist 8 Uhr abends. Es ist 8 Uhr abends. Ihre Adresse ist Österreich, Wien, Mozartsstraße 88. Sprichwort Vier Augen sehen mehr als zwei. Lektion 6 Sechste Lektion Übung 1 Ach, wo ist meine Axt? Der Tischler hat 8 Äxte. Frühlingsmonate bringen, springen und singen. Rund ist die Welt, bunt ist die Welt. Sieben Ziegen ziehen auf die Wiese. Eine Seite leise lesen. Haben alle deine Freunde Lehrbücher? Und du? Sprichwort Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erzählen. Lektion 7 Siebente Lektion Übung 1 Beim Waschen Wir machen ein Späßchen und seifen das Näschen, Stirn, Wangen und Mund, Kaltwasser. Ist gesund Sprichwort Die Augen zum Sehen, die Ohren zum Hören, der Mund zum Schweigen. Lektion 8 Achte Lektion Wochentage Guten Tag, Herr Montag! Wie geht's dem Herrn Dienstag? Ist der Herr Mittwoch zu Hause? Sagen Sie dem Herrn Donnerstag. Der Herr Freitag kommt am Sonnabend zum Vater Sonntag. Reflexive Verben Sich setzen Sich kämmen Präsens Ich setze mich Du setzt dich Er, sie, es setzt sich Wir setzen uns Ihr setzt euch Sie setzen sich Imperativ Setz dich Setzt euch Setzen sie sich Kämme dich Kämme dich Kämmt euch Kämmen sie sich Lektion 9 Neunte Lektion Sprichwort Morgenstunde Morgenstunde hat Gold im Munde Übung 4 Wann stehst du am Morgen auf? Ich stehe immer um 7.30 Uhr auf Und du? Ich bin um 7.30 Uhr schon im Badezimmer Hier wasche ich mich Putze mir meine Zähne Und kämme mich Ich stehe um 7.00 Uhr auf Und beeile mich nicht Beeilst du dich am Morgen? Nein, ich beeile mich am Morgen auch nicht Die erste Stunde beginnt um 9 Uhr Und ich wohne an der Schule Ach ja, aber ich fahre zur Schule 20 Minuten Lektion 10 Zehnte Lektion Ein Ausflug Es ist schon Herbst Aber das Wetter ist noch schön Es ist warm Es regnet diese Woche nicht Die Sonne scheint oft Am Freitag nach dem Mittagessen Versammeln sich die Schüler der Klasse 5b in der Schule Sie wollen heute einen Ausflug besprechen Die Schüler sitzen auf den Bänken in einem Park vor der Schule Da kommt schon der Klassenleiter Die Schüler stehen auf Guten Tag, sagen sie dem Klassenleiter Jetzt besprechen sie den Ausflug Sie wollen am Sonnabend im Rayon-Zentrum das Museum besuchen Dann wollen sie an den See wandern Der See liegt am Wald Hier gibt es eine weite Wiese, viel Wasser, Beeren und Pilze Hier wollen die Kinder ihr Lager bauen und zwei Tage in Zelten leben Sprichwort Schwarzes Brot macht Zähne weiß Lektion 11 Elfte Lektion Johann Wolfgang Goethe Wanderers Nachtlied Über allen Gipfeln ist Ruhe In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch Die Vöglein schweigen im Walde Warte nur, Walde ruhest du auch Lektion 12 Zwölfte Lektion Übung 2 Ich habe gebadet Du hast gebadet Er, sie, es hat gebadet Wir haben gebadet Ihr habt gebadet Sie haben gebadet Übung 4 Nach der Schule haben wir Fußball gespielt Welche Stunden habt ihr heute gehabt? Wir haben heute Mathematik, Zeichnen, Geografie, Deutsch, Litauisch und Geschichte gehabt Was habt ihr da gemacht? Gute Bücher sind unsere Freunde Alle Kinder lesen gern Bücher Grete liest sehr viel Sie ist elf Jahre alt und geht in die fünfte Klasse Das Lesen macht Grete Freude Sie geht oft in die Schulbibliothek und die Bibliothekarin Frau Müller gibt ihr Bücher In der Bibliothek hängt ein Plakat an der Wand Gute Bücher sind unsere Freunde Grete hilft gern Frau Müller in der Schulbibliothek Sie hat auch heute nach der Schule geholfen Auf dem Tisch liegen die Leserkarten der Schüler Altmann, Zauner, Fischer, Ebert, Goldner, Berger, Heinze, Wagner, Seifert, Neumann, Paschke, Dreyer Grete hat sie nach dem ABC Altmann, Berger, Dreyer, Ebert und so weiter geordnet Zu Hause macht Grete ihre Hausaufgaben und dann liest sie die Bücher Lektion 13 13. Lektion Herbstlied Bunt sind schon die Wälder Gelb die Stoppelfelder Um der Herbst beginnt Rote Blätter fallen Graue Nebel wallen Kühler wie der Wind Sprichwörter Worte helfen Nicht nur die Taten Den Arbeiter erkennt man an den Händen Lektion 14 Finden Ich habe gefunden Helfen Ich habe geholfen Lesen Ich habe gelesen Nehmen Ich habe genommen Sehen Ich habe gesehen Schreiben Ich habe geschrieben Singen Ich habe gesungen Sprechen Ich habe gesprochen Tragen Ich habe getragen Übung 5 Gestern in der Schule Gestern habe ich wie immer viel gearbeitet Am Morgen haben wir auf dem Sportplatz der Schule Morgengymnastik gemacht Dann haben wir gelernt Wir haben gelesen Gesprochen Geschrieben Erzählt Gesungen Gespielt In einer Pause haben wir gegessen und Kaffee getrunken Was hast du gestern in der Schule gemacht? Lektion 15 Sprichwort Wer zuletzt lacht, lacht am besten Übung 4 Durch plus Akkusativ Der Fuchs läuft durch den Wald Die Touristen gehen durch das Städtchen Der Lehrer geht durch die Klasse Lektion 16 Bleiben Ich bin geblieben Fahren Ich bin gefahren Fallen Ich bin gefallen Fliegen Ich bin geflogen Gehen Ich bin gegangen Kommen Ich bin gekommen Laufen Ich bin gelaufen Sein Ich bin gewesen Springen Springen Ich bin gesprungen Ziehen Ich bin gezogen Peter ist krank Peter ist krank Da kommt der Arzt Er sagt Guten Tag, Junge Bist du allein zu Hause? Wer ist noch da? Peter sagt Meine Schwester und ruft Marie 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 kommt Sie sieht den Arzt und sagt höflich Guten Tag Sie gibt dem Arzt einen Stuhl Der Arzt setzt sich an Peters Bett und spricht mit dem Jungen Er misst ihm die Temperatur Peter Peter zeigt das Thermometer Die Temperatur ist sehr hoch Der Arzt sagt Du hast Grippe Bleibe drei Tage im Bett Trinke warme Milch Isst Obst und Weißbrot Dann bist du bald wieder gesund Und nach vier oder fünf Tagen gehst du wieder in die Schule Dann gibt der Arzt Marie ein Rezept Auf Wiedersehen Dankeschön sagt Marie Der Arzt geht nach Hause Marie eilt ins Geschäft Sie kauft Obst Weißbrot und Milch Dann geht sie in die Apotheke und bringt nach Hause die Arznei für Peter Bald ist Peter wieder gesund Lektion 17 Der Vater Der Hase Sagen Baden Aber Der Wald Das Land Wachsen Basteln Kalt Die Wiese Der Igel Siegen Fliegen Ihr Das Zimmer Der Himmel Bitten Wissen Immer Fangen Klingen Singen Springen Der Junge Sprichwort Man soll nicht den Tag vor dem Abend loben Lektion 18 Das Leben Leben Stehen Gewesen Die Eltern Die Ernte Sprechen Setzen Erklären Schön Die Kühe Die Flüsse Der Cousin Der Kolchers Das Kino Die Touristen Unser Kolchers Unser Kolchers Heißt Nermonas Unsere Kolchers Bauern Arbeiten fleißig Und zeigen gute Leistungen Sie bekommen gute Ernten Die Felder des Kolchers Sind weit Auf den Farmen Sind viele Kühe Und Schweine Im Zentrum des Kolchers Stehen schöne Häuser Hier gibt es eine Bibliothek Eine Schule Einen Kindergarten Ein Kino Diese Häuser Haben unsere Eltern gebaut Jetzt bauen sie ein Museum Sprechwort Viele Hände Machen der Arbeit schnell ein Ende Lektion 19 Tag der Republik Nach Willi Leili Fahnen in der Stadt Überall im Land Wer Geburtstag hat Trägt ein Festgewand Fröhliche Musik Hell im Morgenwind Unsere Republik Musik ist Geburtstagskind Lektion 20 Sprichwort Nach der Arbeit schmeckt das Brot Übung 3 Wo arbeiten deine Eltern? Meine Mutti arbeitet in einem Büro Und mein Vater arbeitet in einem Werk Und deine Eltern? Mein Vater ist Matrose Meine Mutter ist Angestellte Karl, wie viel Geld hast du? Ich habe eine Mark Und du? Ich habe zwei Mark Und dreißig Pfennig Lektion 21 Übung 3 1.962 3.333 8.574 Übung 4 Lektion 22 Übung 2 30 Tage haben September April, Juni und November Februar hat 28 Nur im Schaltjahr 29 Alle anderen, ohne Frage, haben 31 Tage Der höchste Fernsehturm der Welt 1959 baute man in Moskau einen sehr hohen Fernsehturm Dieser Fernsehturm war das höchste Gebäude der Welt Der berühmte Turm in Paris Der Eiffelturm ist 300 Meter hoch Der Moskauer Fernsehturm ist 533 Meter hoch Auf diesem Fernsehturm befinden sich drei Plattformen Die erste Plattform befindet sich in 240 Meter Höhe Hier stehen Motoren und die radiotechnische Apparatur Auf der zweiten Plattform in 400 Meter Höhe liegt ein Restaurant für 240 Gäste 16 Meter Höhe befindet sich noch eine dritte Plattform 1000 Personen finden auf der zweiten und dritten Plattform Platz Die Menschen können das schöne Moskau von diesem Turm besichtigen Das Moskauer Fernsehzentrum kann täglich sechs Programme senden Schwarz-Weiß-Programme und Farbfernsehprogramme Der erste Schnee, der erste Schnee, die weißen Flocken fliegen Die Luft ist rein, der Wind ist kalt Und Garten, Wiese, Feld und Wald in weißer Hülle liegen Übung 5 Die wievielte bist du im Klassenbuch, Eistee? Ich bin die achte Und du, Darius? Ich bin der neununddreißigste Ich bin der letzte Mein Familienname beginnt mit Che Wer ist der achtzehnte in unserer Klasse? Serventeite ist die achtzehnte Der wievielte ist heute? Heute ist der achtundzwanzigste November Das wievielte Kind in der Familie bist du? Ich bin das dritte Und du? Ich bin das erste Rudis Schultasche Rudi sitzt am Tisch und macht seine Aufgaben Er nimmt ein Buch aus der Schultasche Da fallen plötzlich Steinchen auf den Boden Rudi, sagt die Mutter Was hast du da? Deine Tasche platzt bald So voll ist sie Lege mal alles auf den Tisch Rudi holt aus der Tasche Sieben Steinchen, Kreide, drei Briefmarken Ein Taschenmesser, einen Apfel, buntes Papier und viel, viel Schmutz Rudi macht seine Tasche mit einem Lappen sauber So muss deine Tasche immer sein, sagt die Mutter Rudi verspricht es Lektion 24 Kleine weiße Friedenstaube Fliege, fliege übers Land Allen Menschen, großen, kleinen Bist du wohl bekannt Alle Menschen, großen, kleinen Bist du wohl bekannt Lektion 25 Beantwortet folgende Fragen Was schmücken wir zum Neujahr? Zum Neujahr schmücken wir einen Tannenbaum Was basteln die Kinder zum Karneval? Zum Karneval basteln die Kinder Masken Welche Masken habt ihr gemacht? Wir haben Masken der Bremer Stadtmusikanten gemacht Was willst du werden? Ich will Kosmonaut oder Arbeiter werden Sprichwort Der Hunger lehrt Arbeiten Die Kälte laufen Lektion 26 Weiß ist der Garten, wohin ich auch seh Winter, willkommen mit Eis und mit Schnee Vöglein, ihr Kleinen, auch ihr sollt euch freuen Körner und Kuchen wollen wir euch streuen Lektion 27 Das Wort das Tuch hat eine Silbe Der Jahrestag hat drei Silben Du lehrst zuerst die Schwester das Lied Dann singt ihr es zusammen Er sitzt bei dieser Aufgabe schon 20 Minuten Sie verbringt ihre Ferien bei den Eltern Übung 4 Übung 4 Sechs Präsens Sollen Müssen Müssen Ich soll Du sollst Er, sie, es soll Wir sollen Ihr sollt Sie sollen Ich muss Ich muss Du musst Du musst Er, sie, es muss Wir müssen Wir müssen Wir müssen Ihr müsst Wir müssen Die Kinder müssen jede Nacht schlafen. Sie sollen munter aufstehen und dann froh zur Schule gehen. Lektion 28 Beantwortet folgende Fragen. Was will Darius in Vilnius machen? Wer und wann hat die Stadt Vilnius gegründet? Was sehen die Cousins vom Turm der Gdminasburg? Gibt es in deiner Stadt, deinem Dorf, viele Denkmäler? Welche Denkmäler kennst du in Vilnius? Wann bist du zum ersten Mal nach Vilnius gekommen? Ist es deine Heimatstadt? Lektion 29 Imperfekt von Machen Ich machte, du machtest, er, sie, es, machte. Wir machten, er machtet, sie machten. Imperfekt von Baden Ich badete, du badetest, er, sie, es, badete. Wir badeten, ihr badetet, sie badeten. Imperfekt von sich freuen Ich freute, ich freute mich sehr, du freutest dich sehr, er, sie, es, freute sich sehr. Wir freuten uns sehr, ihr freutet euch sehr, sie freuten sich sehr. Lektion 30 Imperfekt von Lesen Ich las, du lasst, er, sie, es, las. Wir lasen, ihr lasst, sie lasen. Grundformen Infinitiv Imperfekt Partizip 2 Fahren, fuhr, gefahren Geben, gab, gegeben Gehen, ging, gegangen Kommen, kam, gekommen Liegen, lag, gelegen Sehen, sah, gesehen Sein, war, gewesen Stehen, stand, gestanden Tragen, trug, getragen Bekommen, bekam, bekommen Helft dem Hündchen Es war im Frühling Unser Hund war noch sehr jung Das war noch ein Hündchen Es wohnte mit dem Förster in einem kleinen Waldhaus Das Hündchen hieß Waldi Alles war im Walde neu und interessant für Waldi Schöne Bäume, bunte Blumen und das grüne Gras Oft rief der alte Förster Komm her Da verstand Waldi Heute gehen sie zusammen im Wald spazieren Einmal kamen sie zu einem Fluss Da sah Waldi im Wasser einen anderen schwarzen Hund Waldi bellte Wow, wow Aber niemand antwortete Was war denn das? Wollte Waldi gern wissen Aber der Förster ging schon weiter Plötzlich bellte Waldi wieder Wow, wow Etwas Rundes und Kleines lag im Gras Aber es hatte so spitze Stacheln Was war das? Wollte Waldi wieder wissen Was war das, Kinder? Lektion 31 Übung 2 Horst war mit seinen Schulaufgaben fertig Er stand vom Tisch auf und ging zum Fenster Auf der Straße schien das elektrische Licht Aus dem Hof brachte der Vater Wasser und Holz nach Hause Im Schein der Lampen sah Horst die ersten Flocken Mutti, es schneit, rief Horst Das Verb im Perfekt Wer hat diese Wandzeitung an die Wand gehängt? Das hat Ritis gemacht Wer hat diese Bilder gezeichnet? Das haben unsere Pioniere gezeichnet Hast du einen Artikel geschrieben? Nein, ich habe keinen Artikel geschrieben Aber ich habe den Pionieren geholfen Wohin ist Ritis dann gegangen? Er ist nach Hause gefahren Lektion 32 Rätsel Ein Männlein steht im Walde Ganz still und stumm Das hat von lauter Purpur Ein Männlein um Sagt, wer mag das Männlein sein Das, das steht im Wald allein Mit dem purpurroten Männlein Lektion 33 Übung 2 Jürgen, komm, wir gehen in die Stadt Ich kann noch nicht Ich soll noch meine Hausaufgaben machen Aber du musst Unsere Pioniergruppe will heute Altpapier in der Stadt sammeln Wir sollen noch den Alten helfen Dann kannst du auch deine Aufgaben machen Sprichwort Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen Lektion 34 Wer war Jurate und wer war Kastitis? Wo hat die Jurate Burg aus Bernstein gestanden? Warum liebten Jurate und Kastitis einander? Warum wurde Jurate unglücklich? Hast du die Ballade Jurate und Kastitis gelesen? Wo können wir Bernstein sammeln? Lektion 35 Trennbare Präfixe der Verben Grundformen Anziehen Zog an Angezogen Sich anziehen Zog sich an Sich angezogen Aufsetzen Setzte auf Aufgesetzt Aufstehen Stand auf Aufgestanden Aufsagen Sagte auf Aufgesagt Mitkommen Kam mit Mitgekommen Vorlesen Las vor Vorgelesen Aber Bekommen Bekam Bekommen Erzählen Erzählte Erzählt Lektion 36 Sprichwort Das Brot weint, wenn es von einem Faulenzer gegessen wird Übung 4 Sagen Sie bitte Ist diese Wurst teuer? Nein, diese Wurst ist billig Sie kostet 6 Mark und 45 Pfennig Bitte Bitte ein Kilo Fleisch und ein halbes Kilo Wurst Wie viel muss ich bezahlen? 13 Mark 78 Bitte, hier sind 20 Mark Danke, und hier hast du dein Restgeld 6 Mark 22 Lektion 37 Heidenröslein Sah ein Knab Ein Röslein stehen Röslein auf Röslein 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 Gäßlein auf der Heiden. Lektion 38 Flugzeuge des Jahres 2000 Am Ende dieses Jahrhunderts werden die Flugzeuge mit den Geschwindigkeiten von 7000 bis 10.000 Kilometer in der Stunde fliegen. Sie werden mit 1000 Fluggästen in Höhen von 30 Kilometern fliegen. Das sind Pläne sowjetischer Konstrukteure. Sie wollen jeden Punkt des Erdballs in zwei Stunden erreichen. Synthetisches Papier Japan und Finnland produzieren schon viele Jahre synthetisches Papier. Die Ingenieure bauten dafür Spezialmaschinen. Das synthetische Papier ist für Landkarten, Schulbücher und Plakate bestimmt. Unsichtbare Berge Auf unserer Erde gibt es Berge, die noch kein Mensch gesehen hat. Diese unsichtbaren Berge liegen viele hundert Meter unter dem Atlantischen Ozean. Sie erstrecken sich von der Antarktis bis der Arktis und sind die längsten Gebirgsketten der Welt, länger als die Anden. Ihr höchster Gipfel erreicht eine Höhe von 8000 Metern. Lektion 39 Übung 5 Bist du schon in Kleipjela gewesen? Ja, das ist eine Hafenstadt. Hast du den Hafen besichtigt? Ja, mein Cousin arbeitet dort. Er hat mir den Hafen gezeigt. Hast du auch große Schiffe gesehen? Lektion 40 Der Kuckuck und der Esel Der Kuckuck und der Esel Die hatten großen Streit Wer wohl am besten sänge Wer wohl am besten sänge Zu schön mein Zeit So schön mein Zeit Sprichwort Der Faulenzer hat immer Sonntag Lektion 41 Beantwortet folgende Fragen Wie heißen die Brüder Grimm? Wo sammelten sie Märchen? Wie war das Leben damals? Was erzählten die Märchen? Lieben die Menschen auch jetzt die Märchen von den Brüdern Grimm? Hast du diese Märchen gelesen? Wie heißen sie? Sprichwort Wie man sich bettet, so liegt man Lektion 42 Lektion 43 Lektion 43 Lektion 43 Komm liebe Mai und mache die Bäume wieder grün Und lass uns an dem Bache die kleinen Feilchen blühen Lektion 43 Wie möchten wir so gerne ein Feilchen wiedersehen Ach liebe Mai, wie gerne einmal spazieren gehen Lektion 44 Lektion 44 Beantwortet folgende Fragen Wer ist der erste Kosmonaut der Welt? Wann ist er geflogen? Welche Kosmonauten kennst du? Willst du Kosmonaut werden? Wer kann in den Kosmos fliegen? Wann feiern wir den Tag der Kosmonautik? Sprichwort Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen Lektion 45 Beantwortet folgende Fragen Was schenkte Grete ihrer Freundin zum Geburtstag? Was wünschte sie ihr zum Geburtstag? Von wem erzählt das Märchen? Was sollen die Kinder für ihre Mutter suchen? Wer kam zu den Kindern? Was gab Mütterchen immer grün den Kindern? Wurde die Mutter gesund? Wie lebte die Familie weiter? Sprichwort Ehre du den alten Menschen, denn du wirst auch alt werden Lektion 46 Übung 3 Suffix-tion Am 7. November feiern die Menschen in der Sowjetunion den Jahrestag der Oktoberrevolution An diesem Tag gehen sie zur Demonstration Mozarts Kompositionen kennen alle Begabt sein für Mozart war begabt für Musik Meine Freundin ist begabt für Mathematik Wofür bist du begabt? Lektion 47 Aus Mozarts Leben Dann nahm er dem Alten die Geige aus der Hand und spielte Er spielte sehr schön Die Menschen blieben stehen und legten Geld in den Hut Immer mehr Menschen versammelten sich Bald war der Hut voll Alle lobten das Spiel Der Alte fragte Mozart Wer? Wer sind sie? Ein Kollege, antwortete Mozart Ein armer Musikant wie du Und er ging weiter Lektion 48 Gefunden Von Johann Wolfgang Goethe Ich ging im Walde so für mich hin Und nichts zu suchen, das war mein Sinn Im Schatten sah ich ein Blümchen stehen Wie Sterne leuchtend Wie Äuglein schön Ich wollt es brechen Da sagt es fein Soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grubs mit allen den Würzlein aus Zum Garten trug ich's Am hübschen Haus Und pflanzt es wieder am stillen Ort Nun zweigt es immer Und blüht sofort Lektion 49 Lenin kommt 1922 Kamen viele Kommunisten aus der ganzen Welt nach Moskau Kostja dürfte vor dem großen Festsaal Wache stehen Er war ein guter Sowjetsoldat Viele Menschen wollten Lenin sehen und hören Kostja dachte Kostja dachte Wann kommt Lenin? Wie sieht Lenin aus? Vielleicht ist Lenin sehr groß Vielleicht hat er eine schöne Uniform Kostja passte gut auf Er prüfte genau jeden Ausweis Da kam ein kleiner Mann schnell zur Tür herein Er trug einen grauen Anzug und sah aus wie viele andere Der Mann wollte schnell in den Saal gehen Aber Kostja stellte sich vor ihn hin und sagte Den Ausweis bitte, Genosse Der Mann sah Kostja an und lächelte Dann holte er seinen Ausweis aus der Tasche Kostja nahm den Ausweis Seine Augen leuchteten auf Er grüßte den Mann und rief laut in den Saal Lenin kommt Alle Menschen im Saal standen auf und riefen Lenin, Lenin Kostja sah jetzt den kleinen Mann im Saal und dachte Lenin ist doch ein großer Mann Lektion 50 Unsere Heimat von Herbert Keller Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer Unsere Heimat sind auch all die Bäume im Wald Unsere Heimat ist das Gras auf der Wiese Das Korn auf dem Feld Und die Vögel in der Luft Und die Tiere der Erde Und die Fische im Fluss in die Heimat Und wir lieben die Heimat, die Schöne Und wir schützen sie, weil sie dem Volke gehört Weil sie unserem Volk gehört Lektion 51 Mich, lustig, eilig Ach, mach, schach, der Bach Das Buch, das Tuch, der Flug Beantwortet folgende Fragen Wohin geht ein Junge eines Tages? Wen sieht er am Bach? Was zeigt der Junge dem Mann? Warum zeigt er ihm das Haus? Wen will der Junge sehen? Wer war der Mann? Lektion 53 Übung 5 Wohin eilst du mit deinem Rucksack? Ich fahre heute aufs Land Wohin fährst du? Zuerst nach Alitus Und dann ins Dorf zum Freund Hilf mir Nimm meinen Rucksack Ich muss an der Kasse noch meine Fahrkarte kaufen Wir müssen schnell gehen Wir haben nicht viel Zeit Wir machen ein Jahr